Ach. Glück gestorben. Nein. Ja, jetzt bin ich tot. Nee, geh zurück, geh mal zurück, geh mal zurück. Ah, ich bin wieder drin. We're back. Back in business. Back in business. Oh, jetzt hab ich... ich hab gar keine Light Rifle mehr. Was hab ich denn jetzt für einen Schuss? Oh, da. Nehmen Sie doch die, Herr Köbel. Stopp! Schwer, aber der ist, der ist weg. Zack. Komm, ist noch ne Light. Und irgendwas, irgendwas schießt hier von der Seite auch. Ist wieder drin, ne? Was wird das jetzt? Ich bin tot. Schön zurückgehen. Damit ich wieder mitmachen kann. Hier, so. Bevor du auch drauf gehst und nicht, dass wir den... Dann wieder... Ne, ich bin nicht drin. Nein, 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 nein. Nein, der ist zu nah. Jetzt. Ne, jetzt bin ich drin. So, jetzt muss ich nur noch wieder meine Waffe finden. Das sind auch... Das sind zwei hier schon wieder. Das sind schon wieder zwei. Ach, was sind denn... Das ist ja wie ein Sniper hier. Ich bin schon wieder tot. Ja, aber lass mich doch erstmal wieder mitmachen. Ich bin sorry. Ich kann nicht kontrollieren, was meine Prozesse machen. Die stärkeren Forderungen fortsetzen sich über mich. Was ist das Didact? Ich kann nicht mehr schlafen. Oh, Binary Rifle. Das war doch diese große, ne? So, ich nehm eine Light... Eine Light Rifle nehm ich. Und dann nehm ich noch eine Binary. Ne, die nimmst du. Ach so. Hier ist auch noch eine Covenant Car Mine. Hier ist auch noch ein... Ein Gravity Hammer. Ich glaube ich... Ich spiele das ganze Spiel jetzt mit dem Gravity Hammer zu... Zu Ende. Nee, schlechte Idee. So, komm, das geht... Äh... Was nun? Wir sind wieder gesprungen. Halt, stopp! Stopp, stopp! Was machst du? Näh. Cool. Ich dachte erst, der macht dich jetzt doch voll kalt. Und dann hab ich so... Hä, wieso... Wieso... Ach so. Das war ja ein cooler Move. Du für... Du für... Kannst du zurück gehen? Nee ne? Nee, ne. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee. Nee, nee. Shit. Ich hatte gerade auf Zoom-Stufe. Jetzt habe ich auch keine Waffen mehr. Großartig. Aber meine Lichter bestimmt... Ja, aber meine Lichter bestimmt irgendwo noch. Oh, wo war denn das? Hier habe ich... Wo ist mein Light Rifle? Shit. Wo bin ich denn jetzt draufgegangen? Wo war das da hinten? Ach, Light Rifle. Okay. Ja. Oder das war meine... Ich glaube, das war meine. Ja. Kurz nachladen. Oh, Achtung. Da kommt einer. Der steht genau hier neben. Der steht genau neben uns. Warum ist denn hier ein kleiner jetzt? Ne? Der ist hier... Der... Wieso kommen wir denn hier hoch? Das passt mir jetzt aber gar nicht irgendwie. Ja, Melee. Noch ein Tick? Gut. Jetzt geht das. Jetzt ist alles gut. Ja, nur. Ich habe doch gesagt, die Batterien halten hier komischerweise irgendwie total lang. Ich weiß nicht, warum. Liegt das wirklich daran? Also... Keine Ahnung. So, der ist... Der ist weg. Jetzt haben wir hier noch zwei. Drei. Zwei. Das ist... Ah, keine Ahnung. Oh, nein. Ich bin... Ach, Mann. Moment, ich mache die Warhammer fertig hier. Keine Munition mehr. Ganz toll. Ich habe... Ich habe... Ich finde ja manchmal. Hier, guck mal. Tot. Ne, ich... Wie es heißt, Deckung? Ich... Ich bin tot. Ich falle hier gerade irgendeines Level runter. Jetzt bin ich wieder da. Oh, wo bin ich denn hier gespawnt worden? Ach, jetzt ist hier einer. Jetzt ist hier einer oben. Warte mal, ich habe doch mal einen Doppelgänger. Ah, ne, jetzt habe ich ein Schild. Ich habe ein Schild. Schön. Ja, kann ich nicht. Ich bin... Der schmeißt hier mit Granaten um sich. Sind denn hier auch Waffen? Was ist denn das für eine Waffe hier? Toll. Toll. Mann, ich habe das Gefühl, jetzt werden das nicht weniger hier. Ach, da hinten ist auch noch einer. Bist du dir sicher, dass das nicht mehr werden? Ich habe das Gefühl, als würde ich vorhin ja nicht so viel. Aber okay. Anscheinend hast du recht. Oh, ich bin hier hinten. Ich spiele hier gerade Chicken. So. So. Ich habe auch leider keinen Doppelgänger mehr. Ich kann hier... Ich habe nur noch dieses... Schild. Jetzt. Was hat er gedroppt? Hat nur Munition, ne? Keine richtige Waffe, die man einsammeln kann, ne? Sag mal, wie viel... Wie viel sind denn das? Wie viel sind denn das? Wie viel sind denn das? Ja, dann mache ich ihn... Mach ich ihn fertig. Sehr gut. Geh doch drauf! Stirb schon. Stirb schon. Alles gut. Stink-GX ist wieder online. Oh, jetzt bin ich tot. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Geh weg. Jetzt bin ich wieder. Ja, so gesagt. Oh, der ist hier oben. Der ist weg. Ja. Völlig... Ich glaube, die willkürlich. Boah. Ich glaube, der ballert mit der, was ist denn das, mit diesen komischen Kugeln oder was was da ist. Ich glaube, der ist hier oben, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Wo ist er schon. Wo ist er denn jetzt? Der beamt sich schon wieder, ne? Macht hier schon wieder irgendwelche komischen Späßchen. Oh, hab ich da eine Light Rifle gesehen? Ich hab eine Light Rifle gesehen. So. Nein. Ich bin am Leben. Ich wollte nur die Light Rifle einsammeln. Tipp. Das Problem ist, der beamt sich hier von... Oh. Das... Ja. Ja. Ne, tot. Aber der ist auch... Meinst du? Der ist weg. Ich geh durchs Portal jetzt, ne? Wie noch nicht? Du meinst doch lauf los. Achso. Nein. Ich bin doch tot gegangen. Einmal davor. Woher bist du? Der Didex schießt den Komposer von mir. Ja, das war ein bisschen zu weit zurück, ne? Das passiert, wenn man einfach nur rückwärts geht. Das war der Klassiker, genau. So. Hupp. Der Komposer von mir. Oop. Hupp. 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 Hupp.